Diese Bluse 2990, die haben wir Ihnen auch schon mal gezeigt, gibt es auch noch mal blau. Sieht auch ganz toll aus, also blau-brau, das ist richtig super schön, das Ding erarbeitet. Und da kann man mit den Spitzen, die sich auch noch mal so schön wieder kümmern. Ja, hier habt ihr einen dabei, hier kriegt ihr eine Bluse, top, wie das schon geht. So, diese Bluse sieht auch top, super schön aus. Dies gilt auch, der Zweiteiler, das gibt es auch, reduziert auf 29 Euro, könnt ihr an der Seite auch nochmal bestellen. Macht sich ganz toll auf alle blauen Höhlen, den Hosen, da könnt ihr auch mal auch so eine Jeansfarbenblose tragen. Ja, indirekt auch eine Jeanshose kann man das tragen. Ja, das macht sich dann auch ganz toll, da gibt es mal so viele Jeanshose, eine ganz leichte, ja also für 29 Euro. Das macht ihr wirklich einen super Zweiteiler, das ist ein kleines tolles Mal hier geworden. Ja, das kann man als Top oder als Überzehrung tragen, 15 Euro, das ist auch super schön, ne? Und auch hier diese Machart hier mit den Bändchen, na, das sieht einfach toll aus. Kann man für den Sommertragen oder man kann es auch einfach mal überhaupt nicht tragen, ne? Ja, so als Blickfang nennen, ne? Aber auch hier so ein kleiner Blickfang, so ein ganz süßes Röckchen, für 10 Euro, das ist auch eine Einheitsgröße, hier nochmal mit ganz tollen Bändchen drauf, ne? Bei 10 Euro hat er so diesen Ebbetsaug. Ja, wie gesagt, wo er noch kommt ja jetzt so langsam und dann habt ihr auch nochmal 15 Euro, habt ihr auch diese schöne Hose, die ist hier oberhalb auch noch mit Gummizucht, eben mit Taschen und das ist mit 15 Euro. Dann haben wir auch eine Jeanshose, die ist auch reduziert, auf 19 Euro, das ist richtig schön ausgewaschen, wie ihr seht, 19 Euro, da wurde schon gerade geschnitten, etwas enger geschnitten. Ja, wie gesagt, die Sommer kommt nochmal, bei 25 Euro haben wir auch diese Hose, so ein bisschen mehr Ruderstil ist das, ne? Ja, so ein bisschen die oberhalb auch nur, mit Pailletten und mit Gärtschen nochmal gearbeitet, das ist jetzt für eine Größe 40, das ist ein Einzelstück, das ist natürlich auch ganz die Größe dabei, also Größe 40, für 25 Euro habt ihr so eine tolles Hose und das ist sogar noch ein schönes. Von Missy gibt es dann diese Hose, diese Leggings, sieht auch ganz toll aus, richtig toll bearbeitet und die steht auch reduziert auf 25 Euro. Ja, das ist auch ganz toll mit diesen Farben, ne? Die Spiele, auch hier hinten nochmal mit den Blumen, das ist auch ganz toll eingearbeitet. Ja, mit Pailletten, wie bei den Straschsteinchen noch hinten.